Macrons Appell an Europa. Wilimsky nähert sich Orban an und ein Eifersuchtsdrama in Vöcklerbruck. Das ist Ihr Nachrichtenüberblick heute. Hallo und herzlich willkommen auf KRONE TV. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wendet sich mit einem flammenden Appell an die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig. Und doch war Europa noch nie in so großer Gefahr. So schreibt Macron in einem Gastbeitrag, der am Dienstag europaweit in mehreren Zeitungen erscheint. Der Titel? Für einen Neubeginn in Europa. Europa stünde an einem Scheidepunkt, meint Macron, und es brauche Reformen. Er schlägt etwa eine europäische Agentur für den Schutz der Demokratie vor, eine Reform der europäischen Wettbewerbspolitik und stärkeren Zusammenhalt in der Verteidigungspolitik. Inzwischen macht Harald Wilimsky Viktor Orban den Hof. Dem ungarischen Regierungschef und seiner Partei Fidesz droht ja der Ausschluss von der Europäischen Volkspartei. Harald Wilimsky würde Fidesz mit offenen Armen in der rechtspopulistischen Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit begrüßen. Das hat er in einem Interview mit der Presse gesagt. Die Mitglieder der Europäischen Volkspartei haben am Montag offiziell den Ausschluss der Fidesz-Partei aus der Gruppe beantragt. Zwölf EVP-Mitgliedsparteien aus neun EU-Staaten sprachen sich dafür aus, die Mitgliedschaft von Fidesz zu beenden oder auszusetzen. Die EVP und die deutschen Unionsparteien CDU und CSU sind nicht darunter. Über die Frage wird es bei einem Treffen am 20. März eine Debatte geben. Im oberösterreichischen Vöcklerbruck ist es zu einem Eifersuchtsdrama gekommen. Ein 41-jähriger Türke hat am Sonntagabend einen 25-jährigen Rumänen mit einer Pistole bedroht. Seine 29-jährige Ex-Freundin hat offenbar mit dem vier Jahre jüngeren Mann geflirtet, weswegen der 41-Jährige eine Pistole gezückt haben soll und gesagt haben soll, geh weg, sonst stirbt einer heute. Der Mann konnte verhaftet werden. Seine Schusswaffe war zwar echt, aber nicht geladen. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Und die chinesische Wirtschaft wächst langsamer. In diesem Jahr soll das Wachstum nur 6 bis 6,5 Prozent betragen. Das ist spürbar weniger als bisher. Gründe dafür sind unter anderem der Handelskrieg mit den USA und die hohe Verschuldung. Trotzdem wird Chinas Militärbudget mit 7,5 Prozent stärker zulegen als die Gesamtausgaben mit 6,5 Prozent. Das waren unsere Schlagzeilen heute. Ich hoffe, Sie kommen gut durch die Woche und ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Ich hoffe, Sie kommen gut durch die Woche und ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank.